Guten Abend allerseits. Sie haben den Anfang bestimmt nicht ich. Ich dachte, wenn jetzt hier der Geräuschpegel so nach unten geht, dann ist es das Zeichen, dass Sie anfangen wollen. Dann machen wir das. Ja, herzlich willkommen allerseits. Das ist, wie die meisten von Ihnen wissen, die erste Veranstaltung in der Reihe, unserer Reihe Gleichheit, Militarisierung, Feminismus, Fragezeichen, Feminismen in Zeiten des Krieges. Welchen Sinn macht es aktuell über Feminismus und Krieg, über feministische Perspektiven auf Kriege und feministische Politiken gegen Kriege bzw. feministische Politiken für den Frieden zu sprechen? Trägt eine solche Diskussion aktuell in der Situation, in der wir gerade sind, zur Differenzierung bei, zur Differenzierung nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine, ohne auch nur absehbar sowas wie einen Waffenstillstand am Horizont zu haben? Nach mehr als 100 Tagen, die immer noch mehr als 130 israelische Geiseln jetzt in der Gewalt der Hamas aushalten. Nach mehr als 90 Tagen Krieg im Gaza mit absolut verheerenden gesamtgesellschaftlichen Folgen für die Bevölkerung oder, das ist die dritte Veranstaltung in unserer Reihe, nach über 20 Jahren des immer wieder aufflackernden, wiederkehrenden Krieges im Sudan und der steht nur als einer der Kriege, als ein Beispiel für die Kriege der Gegenwart, die die meiste Zeit sozusagen unter Ausschluss europäischer Aufmerksamkeit stattfinden, verhandelt werden. Macht es Sinn, in einer solchen Situation über feministische Perspektiven im Krieg zu sprechen? Wir denken, ja natürlich, sonst wären wir beide nicht hier, sonst hätten wir diese Reihe nicht inszeniert. Wir glauben, es ist höchste Zeit, all die offenen Fragen nach den Zusammenhängen oder vielleicht zuerst nach den Ursachen und dann nach den Zusammenhängen, nach gesellschaftlichen Folgen und nach möglichen Bearbeitungsformen von Kriegsgewalt in ihren ganz aktuellen Konstellationen in feministischer Perspektive zu fragen, in feministischer Perspektive zu reflektieren und in den Kontexten feministischer Politikerfahrung zu diskutieren. Kriege, das wissen wir bereits aus der feministischen Debatte, die im Zusammenhang mit den antikolonialen Widerstandsbewegungen des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Kriege entstehen und finden statt im Kontinuum patriarchaler Gewaltverhältnisse. Das ist einer der allerwichtigsten Unterschiede in der Perspektive der feministischen Friedensforschung, der feministischen Antikriegspolitiken zu den herkömmlichen Perspektiven, das Kontinuum von Gewaltverhältnissen im Zusammenhang von Kriegen zu betonen, zu betrachten, zu verstehen und insbesondere das Kontinuum patriarchaler Gewaltverhältnisse. Kriege verdichten und spitzen gesellschaftliche Ungleichheits- und bestehende gesellschaftliche Gewaltverhältnisse zu. Kriege erhöhen die Gewaltbereitschaft durchaus nicht nur, aber insbesondere von Männern und vor allen Dingen von Männern, die als Soldaten kämpfen müssen. Und sie führen zu einer Zunahme von Gewalt gegen Frauen, gegen queere Personen und gegen Kinder. Und zwar nicht nur zwischen den Feindparteien, sondern auch in den jeweils inneren Gesellschaftskonstellationen. Das wissen wir aus allen Kriegen, die in den letzten, sagen wir, 100 Jahren deutlicher erforscht worden sind. Vergewaltigungen werden als Kriegswaffe eingesetzt. Das ist von diesem Anstieg der gesamtgesellschaftlichen Gewalt nochmal ein unterscheidbarer Fakt. Und Kriegsrecht fördert in aller Regel mit der extremen Polarisierung in wir und die anderen, die Feinde, auch die Polarisierung und Dichotomisierung nach innen. Eines der Beispiele, was wir sofort dafür heranziehen können, ist das, was wir direkt gesehen haben, wo wir sagen, ja klar, das ist gesellschaftlich eingeschriebener Rassismus, aber die Fluchtbewegungen aus der Ukraine, die fanden in die und wir statt. Das ist eine unmittelbare Wirkung von Kriegsgeschehen, dass dieser Effekt verstärkt wird. Das ist ein unmittelbarer Zusammenhang, da werden wir nachher garantiert noch länger drüber sprechen, der mit Militarisierung gesellschaftlicher Verhältnissen einhergeht. Im Rahmen dieser Polarisierung und Dichotomisierung im Zusammenhang von Kriegssituationen findet in aller Regel gesellschaftlich auch sowas wie eine Betonung traditioneller Familien- und Geschlechterverhältnisse statt, die vor allem ideell, selbst wenn Frauen an der Waffe in der vordersten Linie der Front stehen, die aber ideell unterscheidet zwischen kämpfenden, soldatischen Männern und den die Versorgung gewährleistenden Frauen beziehungsweise Müttern. Das ist eine der vielen Folgen dieser Polarisierung. Gegen Gewalt und Patriarchalismus haben Frauenbewegungen aller Kontinente, und zwar wirklich aller Kontinente, schon lange vor dem Ersten Weltkrieg transnationale Friedensstrategien von unten entwickelt und entsprechend galt sowas wie eine friedenspolitische Logik feministischer politische Politikansätze fast genauso lang weltweit als ein Konsens, ein Grundkonsens von Frauenbewegungen, Frauenbewegungspolitiken, feministischen Bewegungen, die in dieser friedenspolitischen Orientierung oft deutlich radikaler waren als andere friedenspolitische Strömungen. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Spätestens seit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine auf die Ukraine ist dieser feministische Grundkonsens genauso brüchig geworden wie andere kategorische Friedensperspektiven von unten. Das wissen wir alle. An pazifistische Positionen, an kategorische Friedenspositionen, an radikale Friedenspositionen sind zumindest im Kontext der europäischen, der transatlantischen Diskussionen massive Fragezeichen angehängt worden. Das gilt für den Feminismus eben genauso wie für andere Zusammenhänge. Die Verbindung zwischen Feminismus und Antigewaltpolitik, die so grundlegend ist, gewesen ist für feministische Debatten, ebenso wie eine Verbindung zwischen Feminismus beispielsweise und Rüstungskritik, Feminismus und Antimilitarismus. Diese Verbindung steht heute grundsätzlich in Frage. Feministinnen streiten untereinander nicht weniger scharf über die aktuellen Kriege, als das andere gesellschaftliche Gruppen auch tun. Es gibt hier keinen größeren, deutlicheren Grundkonsens. Umso wichtiger finden wir es, diese Kontroverse im Sinne einer Differenzierung von Argumenten und vielleicht auch einer politischen Debatte von Strategien und Forderungen öffentlich zu führen. Was gilt in diesen Zeiten der multiplen weltpolitischen Krisen, der geopolitischen Umbrüche, die sich mit diesen Kriegsszenarien und Kriegsdiskussionen vermischen, überlagern, verbinden? Was gilt in diesen Zeiten weltpolitischen Umbrüchen? In welchen feministischen Kontexten als emanzipatorische Perspektive im Krieg? Das ist eine Frage, die wir uns für diese Reihe stellen. Ist Feminismus in Zeiten des Krieges jetzt insbesondere von Deutschland aus gedacht oder von Deutschland aus diskutiert? Heute eigentlich viel mehr als eine Frage von Geschlechtergleichheit in der Militarisierung. Wir haben diese Reihe ja schon sehr provokant überschrieben mit Gleichheit, Militarisierung, Feminismus? Ist das der neue Zusammenhang feministischer Perspektiven? Welche besonderen Potenziale feministisch intersektionaler Ansätze für Friedenspolitiken lassen sich heute eigentlich noch bestimmen? Das sind die Fragen, die wir in diesen drei Veranstaltungen der Reihe diskutieren wollen. Wir fangen heute Abend an mit der feministischen Außenpolitik in Kriegszeiten. Die zweite Veranstaltung, die schon am Montag stattfindet, auf der anderen Seite des Flures in Renate von Metzlersal. Die dreht sich um Terror und Krieg in Israel und Gaza. Und die dritte Veranstaltung am 7. Februar, die im Medico-Haus im Osthafen stattfindet, die geht zum gerade schon erwähnten Krieg im Sudan. Und damit bin ich auch bei dem Punkt, wer das Wir ist, von dem ich spreche die ganze Zeit. Wir, das ist in dem Falle die Kooperation meines Arbeitsbereiches Globaler Süden am Institut für Politikwissenschaft im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hier an der Universität. Das ist die Professur, die ich seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten hier vertrete, mein Arbeitsbereich, zusammen mit Medico International. Deshalb hat es viele Mitarbeitende auch an dieser Veranstaltung heute Abend gegeben. Und ich werde jetzt nicht alle namentlich aufziehen, weil es von vielen Seiten viele waren. Das ist mein Team stellvertretend. Hier ist im Moment Denise für die Technik und Isil Yildirim, die viel mit organisiert hat. Das sind aber auch ganz viele Leute von Medico International, hauptsächlich aus der Öffentlichkeitsarbeit von Medico. Geplant und organisiert habe ich die Reihe zusammen mit Radwa Khalid, die kritische Hilfe und Nothilfe-Referentin bei Medico ist und im Moment aber noch in Indonesien weilt und sich jetzt, glaube ich, dort so langsam auf den Rückweg nach Deutschland macht. Sie hatte gesagt, ich schicke euch eine Grußbotschaft zur Eröffnung der Veranstaltung. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich darf sie, glaube ich, alle ganz herzlich grüßen. Bei der zweiten Veranstaltung wird sie selbst moderieren. Das war zum vermehrten Mal eine ganz fruchtbare und sehr angenehme Zusammenarbeit. Die weltpolitische Perspektive, das ist das, was mich mit Medico in der Kooperation schon seit vielen Jahren verbindet und immer wieder dazu führt, dass wir auch gemeinsame Dinge tun. So und damit sind wir jetzt beim heutigen Abend, der die Diskussion mit der Frage nach den Potenzialen und Widersprüchen des Ansatzes feministischer Außenpolitik sozusagen in so einem größeren analytischen Rahmen einordnen soll. Beinahe noch ein bisschen provokanter als die ganze Reihe haben wir diesen Abend überschrieben mit dem Titel Schnittmengemilitarisierung? Fragezeichen. Und damit haben wir die Frage bewusst in den Mittelpunkt gestellt, was, ob und was feministische Außenpolitik als Konzept mehr und anderes zu bieten hat, als sowas wie eine, wenn ich es harsch formuliere, für progressiv gefärbte Legitimation aktueller problematischer gesellschaftlicher Entwicklungen und Diskurse der Militarisierung. Was jenseits dessen steckt eigentlich drin in diesem Konzept? So, darüber sprechen wir zu zweit heute Abend und ich bin sehr glücklich, dass es gelungen ist, Claudia Ziller zu uns nach Frankfurt zu locken. Wir beide haben uns tatsächlich im Zusammenhang der feministischen Außenpolitik kennengelernt und insofern ist es für mich natürlich eine superschöne Gelegenheit, dass wir heute Abend hier zusammen gemeinsam eröffnen und in ein intensives Gespräch miteinander gehen. Claudia Ziller ist Politikwissenschaftlerin, ist aber auch studierte Soziologin und Psychologin, die politische Psychologie. Ich höre die manchmal so ein bisschen aus dem, was sie sagt und schreibt. Sie ist geboren und gerade hat sie gesagt aufgewachsen auch in Argentinien, in Buenos Aires und das ist vielleicht einer der Zusammenhänge, warum sie sich entschlossen hat, Expertin für, also sie ist Außenpolitik-Expertin, eine der sehr bekannten Außenpolitik-Expertinnen in der Stiftung Wissenschaft und Politik und ist die Person, die unglaublich viel weiß und kann über Lateinamerika, Südamerika, Chile, Brasilien, Argentinien, aber auch Venezuela und also Lateinamerika ist die Expertise, die sie hat. Diejenigen, die das vielleicht nicht so genau wissen, die Stiftung Wissenschaft und Politik ist einerseits einer der wichtigen politikwissenschaftlichen Thinktanks in Deutschland, der aber immer wieder auch in die Regierungsberatung hineingeht. Insofern ist sie erstens sehr viel näher dran an der politischen Praxis und der Auseinandersetzung mit der politischen Praxis, als ich das bin und wir haben in unseren Vordiskussionen für heute Abend schon festgestellt, dass unsere beiden Positionen jeweils genau davon geprägt sind, aus welcher Perspektive wir gucken. Claudia Ziller ist Außenpolitik-Expertin, die eigentlich nicht per se für feministische Perspektiven steht und die sich sozusagen über dieses Konzept in die Auseinandersetzung mit diesem Ansatz feministischer Politik begeben hat. Ich bin eigentlich Süd-Süd-Nord-Süd-Global-South-Forscherin, die irgendwie diesen Ast des Nachdenkens über Außenpolitik als wichtiger Teil internationaler Politik vor 20 Jahren schon verlassen hat. Das ist eigentlich auch nicht so mein allererstes Thema, die sich aber im Zusammenhang des Krieges auf ihre feministischen Wurzeln besonnen hat und so gesagt hat, als feministische internationale Politikforscherin sehe ich es schon auch als eine meiner Aufgaben, feministisch da hinein zu kommentieren. Insofern haben wir zwei sehr unterschiedliche Perspektiven, die einerseits ganz viele Schnittmengen aufweisen und andererseits aber, also genau das, was ich sagen würde, was Sinn und Absicht dieser Veranstaltung ist, Differenzierung vorzunehmen, die dazu ganz viel Gelegenheit bieten. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie zu uns ausgefunden haben. Und jetzt mache ich die Bewegung in den bequemen Sessel und wir steigen direkt ein in das Sprechen miteinander. Wir werden uns gegenseitig befragen, widersprechen, manchmal vielleicht sogar ins Wort fallen, schauen wir mal. Aber ich darf anfangen mit der ersten Frage an Claudia Ziller. Sie war eine, und so haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt, sie war eine der Ersten, die dieses Konzept feministischer Außenpolitik, das bereits im Koalitionsvertrag der Ampelregierung von 21 unter dem englischsprachigen Titel, Sie sagen uns bestimmt gleich was dazu, warum das so ist, unter dem englischsprachigen Titel Feminist Foreign Policy vorkommt. Prominent geworden ist, sichtbar geworden ist in der deutschen Debatte, aber tatsächlich erst im Kontext des Ukraine-Krieges. Und Claudia Ziller war eine der ersten Personen, die dazu Stellung genommen hat und ein ausführliches Papier geschrieben hat, das im August 22 erschienen ist. Ja, 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 ich habe das zur Kenntnis genommen. Sie ist im Unterschied zu mir eine absolute Vielschreiberin. Suchen Sie ein Lateinamerika-Thema, zu dem Sie nicht veröffentlicht hat. Also eines, was brennend ist, das wird Ihnen nicht so leicht fallen, glaube ich. Also jedenfalls, Ihr Papier war eines der Ersten. Ich habe zur gleichen Zeit an einem anderen Text gearbeitet. Sie hat mir Ihr Papier geschickt und von dem Moment an haben wir gesagt, oh, wir müssen, glaube ich, weiterreden. Und das scheint ja auch stattzufinden. Meine erste Frage an Sie ist sozusagen die Einführung für uns alle, feminist foreign policy, feministische Außenpolitik. Was ist das eigentlich für ein Konzept? Und wie haben Sie das aufgenommen 2022, als Sie es vorgestellt haben? Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung an Sie. Vielen Dank fürs Kommen und für die erste Frage. Es war Corona 2020 und ich, alle meine Verpflichtungen, was mit den Reisen und Dienstreisen zu tun hatten, waren ausgefallen. Und dann hatte ich Kapazitäten für neue Themen, die nicht unmittelbar zu sein auf meiner Agenda standen. Und also, das heißt, bevor der Begriff im Koalitionsvertrag auftauchte, bin ich durch mehr Zeit zum Lesen gehabt, 2020, auf den Begriff gestoßen. Und ich dachte, ah, das interessiert mich. Tatsächlich arbeite ich nicht mit feministischen Theorien, halte mich aber für eine feministische Frau. Aber feministische Theorien sind nicht Teil meiner Arbeit. Und ich dachte, oh, ich arbeite zur Außenpolitik, ich halte mich für Feministin. Für eine Feministin, was ist feministische Außenpolitik? Und so habe ich angefangen, mich mit dem Begriff zu befassen und dann tauchte er im Koalitionsvertrag. Und weil ich in einem Forschungsinstitut arbeite, wo wir hoffen, dass unsere Forschung von Nutzen ist für die Regierung und das heißt nicht unbedingt, dass wir der Politik folgen. Natürlich wollen wir relevant für die aktuellen Themen sein, aber auch auf Themen aufmerksam zu machen, die vielleicht nicht beachtet werden. Da habe ich angefangen, selbst mich einzuarbeiten. Und als ich gelesen habe, im Koalitionsvertrag, ich dachte, okay, jetzt kann es wirklich relevanter für meinen Alltag sein, für meinen beruflichen Alltag. Und ich habe mich so nicht mal erkundigt, warum es auf Englisch im Koalitionsvertrag erschienen ist. Ich kann es nicht belegen, aber ich habe aus verschiedenen Quellen gehört und es ist, dass die FDP fand, dass der Begriff auf Englisch akzeptabler ist als auf Deutsch. Und genau, obwohl das eins zu eins literal, die Übersetzung ist, aber gut. Und ich habe entschieden, dann das Ergebnis meiner Einarbeitung niederzuschreiben. Und offensichtlich war es hilfreich für viele Menschen, die die gleichen Fragen hatten wie ich. Was ich gelernt habe in meinem Selbststudium, habe ich da reingeschrieben. Und das war August 2022 und das machte das Auswärtigen Amt auf mich aufmerksam. Das Auswärtigen Amt kannte mich als Latinamerikan-Expertin, aber nicht als jemand, der zu Feminismus und feministischen Theorie arbeitet. Aber durch dieses Papier wurde ich dann eingeladen, am Konsultationsprozess teilzunehmen, zusammen mit anderen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft, weniger im Auswärtigen Amt, aber der Zivilgesellschaft. Und am Konsultationsprozess vom BMZ habe ich nicht teilgenommen. Nun, also das ist, wie ich dazu kam. Und dann die Frage, ich habe, was ich gelernt habe, ist, dass Regierungen definieren den eigenen Ansatz. Die feministische Zivilgesellschaft sagt, wie das sein sollte und was da alles fehlt und was für Kriterien noch erfüllt werden sollten. Und ich habe entschieden, für mich zunächst mal ein Verständnis zu entwickeln, das eher schlicht ist. Und deswegen sage ich, feministische Politik ist ein politischer Rahmen, den sich Regierungen geben, um das auswärtige Handel zu gestalten, aber auch um die Prozesse und Strukturen im eigenen Ministerium auch dadurch zu prägen. Und das ist meine Minimaldefinition, eine sehr schlichte, einfache. Nun, was ist der Inhalt? Die meisten feministischen, feministische Außenpolitik verschiedener Regierungen stützen sich in meinen Augen auf drei Säulen. Und das eine ist ein Menschenrechtsansatz. Das zweite sind feministische Theorien und Forderungen, also Theorien, aber auch Forderungen und feministische Bewegungen, feministische Praxis. Und das dritte ist Evidenz, weil ich sage, ich habe beobachtet, es ist nicht nur ein wertebasierter Ansatz, es ist auch ein evidenzbasierter Ansatz. Es gibt empirische Erkenntnisse, die belegen, dass in vielen Bereichen Inklusion zu guten Erträgen führt, zu guten Ergebnissen. Dass der Abbau von Diskriminierung zum Wohlstand und Frieden führt. Also es ist nicht nur, dass das intrinsisch begründet wird, weil das gerecht ist, die Teilhabe aller Menschen, sondern es ist sozusagen am Ende bringt das Ergebnisse mit sich. Nun, was ist vielleicht jetzt, was ist der Ansatz der Bundesregierung? Wir haben, ich würde damit anfangen, dass wir nicht eine feministische Außenpolitik in der Bundesregierung haben, sondern wir haben zwei Ressorts, die sich für das eigene Portfolio, für die eigene Arbeit so ein Konzept gegeben haben. Das ist wichtig, weil man kann das vergleichen mit anderen Konzepten. Wir haben eine neue nationale Sicherheitsstrategie. Das ist ein Beschluss des Kabinetts. Und das ist ein Konzept der Bundesregierung, wo mehrere Ministerien daran beteiligt waren. Wir haben eine neue China-Strategie. Das ist ein Beschluss des Kabinetts. Das ist eine China-Strategie der Bundesregierung, gilt auch für Klima- und Außenpolitik. Diesen Status haben diese zwei Dokumente, die Leitlinien für Feministische Außenpolitik des Ostwärtigen Amtes und die Feministische Strategie vom BMZ nicht. Die sind nur ein Ressorts-Dokument. Das heißt, sie werden nicht vom Kabinett getragen, nicht von der Bundesregierung, sondern sie gelten nur für das jeweilige Portfolio dieser Ministerien. Das haben diese zwei Strategien gemeinsam, aber im Unterschied zu anderen der Bundesregierung. Schon das ist die Reichweite und sozusagen ist eine andere. Was sie gemeinsam haben, ist, dass beide sich stützen auf diesen schwedischen Ansatz von mehr Rechten, mehr Ressourcen und mehr Repräsentation für Frauen in allen Bereichen und auch im eigenen Ministerium. Und der Unterschied, würde ich sagen, ist zum Beispiel, dass das Ostwärtige Amt hat zehn Leitlinien für die verschiedenen Bereiche, Sicherheit und Frieden, Menschenrechtspolitik, Klimapolitik, also die verschiedenen Referats oder Abteilungen oder Portfolios. Und es gibt sechs sind sozusagen diese Bereiche, diese Politikfelder gebitment und vier sind für das eigene Ministerium. Und die Strategie vom BMZ definiert vier Handlungsfelder, wo feministische Perspektive, Ansätze, eine Genderperspektive die Arbeit prägen soll. Und dieses vierte Handlungsfeld ist das eigene Ministerium. Das haben sie gemeinsam. Beide behaupten, transformativ zu sein. In den Leitlinien ist die Rede von einem Kulturwandel, der angestrebt wird. In der Strategie ist von einem systemischen Wandel die Rede. In meinen Augen nicht mal konzeptionell wird dieser Anspruch eingelöst. Weil sozusagen, es fällt noch im Papier an Substanz, um die Transformation zu unterfüttern. Also ich spreche nicht mal von der Umsetzung jetzt. Und beide definieren sich oder beschreiben sich selbst als einen intersektionalen und inklusiven Ansatz. Jetzt vielleicht, wie ich abschließend zur ersten Frage, wie ich dazu stand. Also als ich im Ministerium erfuhr, das wird nicht im Kabinett beschlossen. Und jedes Ministerium wird eine Strategie für sich selbst haben. Und ob das Verteidigungsministerium später was machen will, das ist sozusagen eine Angelegenheit des Verteidigungsministeriums. Also das ist keine konzertierte Aktion in der Regierung. Aber das war so der erste Moment der Ernüchterung für mich. Weil ich dachte, okay, wie kann die Reichweite sein, wenn sich nur das Ressort für die eigene Arbeit so etwas gibt. Dennoch war meine Haltung, es ist besser als nichts. Und irgendwo soll es anfangen. Und die Idee war, dass es möglicherweise zu Spillover-Effekten kommt. Und andere Ministerien ziehen nach. Und es ist selbst so viel zu machen in dieser Hinsicht innerhalb der Ministerien, dass ich dachte, das ist eine Chance, um Prioritäten zu diskutieren und über Mittel zu diskutieren. Und vielleicht Mittel jetzt im Sinne von Instrumenten, aber auch im Sinne von Geld. Und vielleicht die Frage war für mich, wird es mehr sein als Gleichstellung und Gender Mainstreaming. Weil sozusagen letzter Punkt in den Leitlinien steht, wir streben einen Kulturwandel und gleichzeitig heißt es auf Seite 9. Und im Grunde, was wir hier außenpolitisch machen wollen, ist die Fortsetzung von unseren Gender Mainstreaming im Inneren. Und ich dachte, nee, das passt nicht zum Kulturwandel. Ich dachte, okay, man sollte immer eine Chance geben. Und es hört sich eher reformistisch als transformativ. Aber der Weg ist so lang, dass ich mich perspektivisch auf ein paar Schritte freute. Ja, verabredet haben wir für den Einstieg. Und dann hat es mit unserer Verabredung auch schon irgendwie die Grenzen erreicht. Dann gucken wir, wie wir weiterreden. Dass ich jetzt erzähle, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt über feministische Außenpolitik zu schreiben. Meine Wahrnehmung war zuerst, ich bin nicht an dem Konsultationsprozess beteiligt gewesen, aber auch das BMZ hat in der Abfassung der Leitlinien, die im Übrigen erst zum 8. März 2023, also diesen Jahres, groß rausgekommen sind und international, aber auch national sehr viel Öffentlichkeit erfahren haben und positive Öffentlichkeit erfahren haben. Auch das BMZ hat einen Prozess organisiert, wo ganz viele Menschen befragt wurden und dann geguckt wurde, irgendwie wen beziehen wir in die näheren Konsultationen ein. Da bin ich als Wissenschaftlerin, die damit befasst ist, auch gefragt worden. Ich war tatsächlich erst mal eher, sagen wir, freundlich distanziert und bin mit vielleicht einer etwas skeptischen Erfahrung nach 25 Jahren Gender-Mainstreaming in der Entwicklungszusammenarbeit, mit dem ich mich intensiver befasst habe. Na, warten wir mal ab. Wieso nennen Sie es jetzt feministisch, nachdem es mit, also was einen sehr viel höheren und deutlicheren Anspruch markiert, was rhetorisch mit der Inanspruchnahme so großer Konzepte und Begriffe wie Intersektionalität, eine Care-Perspektive in der Außenpolitik, also was sehr weitgehende konzeptuelle Ansprüche markiert, viel mit der gegenwärtigen modernen Rhetorik feministischer Auseinandersetzung, wissenschaftlicher feministischer Auseinandersetzung zu tun hat. Ich dachte, ja, schauen wir mal, was das für die Praxis wirklich so bringen wird. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und dann kam ziemlich direkt zu Beginn des Krieges so etwas wie eine Medienoffensive. Wir haben gesagt, es ging Ihnen genauso wie mir. Es gab eine Unzahl von nicht besonders intelligenten Anfragen, würde ich erst mal so sagen, die wirklich uns angefragt haben, dann als Expertinnen, was kann feministische Außenpolitik jetzt tun? Nachdem klar war, also die erste Welle der Angriffe hat die Ukraine überlebt. Sie hat den Angriffen standgehalten. Dann gab es die Frage danach, und jetzt, was wäre die Aufgabe feministischer Außenpolitik? Und das war eine Diskussion, die ganz schnell zu ganz viel Aufmerksamkeit für das Konzept geführt hat. Auch die Außenministerin selbst hatte mehrere Interviews im Spiegel, im Stern an anderen Stellen, wo es immer wieder um dieses Konzept ging. Und da war der Punkt, wo ich dachte, es wird Zeit für eine kritische Intervention, die verrückterweise, es war ein kleiner Aufsatz, in der Prokla sehr wahrgenommen worden ist, weil es eine der ganz wenigen kritischen Interventionen gewesen ist. Und ich habe zwei kritische Argumente gegen den Ansatz gemacht. Das eine Argument war der Zusammenhang, auf den ich jetzt gerade schon in der Einführung hingewiesen habe, dass ich gesagt habe, es gibt einen grundlegenden Widerspruch zwischen internationaler Politik, Außenpolitik, insbesondere als Kriegspolitik und den Ansprüchen an eine feministische Politik. Diese Idee sozusagen der Außenpolitik, die in wir und die zu unterscheiden hat, was in der Kriegssituation zu diesen extremen Formen der Dichotomisierung führt, das ist also per se unfeministisch, um nicht zu sagen antifeministisch. Das steht in einem totalen Widerspruch zu der Idee von Antigewaltpolitik, Patriarchats bearbeitender Politik. Die Idee einer Außenpolitik, die von Kehr geprägt ist, ist ein ziemlich anspruchsvolles Projekt, was mit den Realitäten internationaler Politik ganz wenig nur zu tun hat. Und das war der erste Punkt, dass ich gesagt habe, es gibt eine echte Schwierigkeit, das überhaupt zusammenzudenken und das in der Situation eines ausgebrochenen, brutalen Krieges zusammenzudenken. Das hat schon beinahe was Absurdes. Wir fragen nicht nach feministischen Potenzialen und Möglichkeiten, bevor in Davos das Weltwirtschaftsforum eröffnet wird. Aber wenn irgendwie die Menschen in den Schützengräben liegen, dann wird die Frage danach gestellt, was kann der Feminismus hier eigentlich tun? Das fand ich eine ganz problematische Konstellation und wichtig, das zu benennen. Und dann gab es aber auch den zweiten Punkt, wo ich finde, und müssen wir gleich ein bisschen intensiver darüber reden, ob das im Laufe der Zeit nicht auch wirklich in einem ganz erheblichen Maße eingetreten ist, dass ich recht früh gesagt habe, und die Gefahr ist, dass hier sowas passiert, was Nancy Fraser, Angela McRobbie und andere, Nancy Fraser hat es The Cunning of History genannt, also wirklich irgendwie die Tücke der Geschichte, durch die ein feministisches Argument zur Stabilisierung unfeministischer, antifeministischer, patriarchaler, gesellschaftlicher Kontexte beiträgt. Meine Sorge war, dass feministische Außenpolitik zu einer Legitimationsfigur wird für Prozesse von Militarisierung, ich meine, der Krieg hat angefangen, und wir hatten drei Tage später die Verkündung des 100 Milliarden Sondervermögens, was nicht nur ein Raumreißen sozusagen der Sicherheitspolitik, der Militärpolitik der Bundesrepublik bedeutete, sondern ich weise da in unterschiedlichen Kontexten immer wieder darauf hin, diese Szene, in der Olaf Scholz das verkündet, und in der nächsten Sekunde reist es vier Fünftel aller Bundestagsabgeordneten zu Standing Ovations von den Sitzen, das ist für mich schon was sehr Einträgsames gewesen. Also unfeministischer kann ich mir sozusagen einen Ausgangspunkt kaum vorstellen. Und die Sorge war, die ich ausgedrückt habe darin, die Rhetorik der feministischen Außenpolitik in den ganzen Widersprüchen, in denen sie sich bewegt, die ist wirklich dazu angetan, sozusagen eine Liga-Legitimation für eine Form von Politik zu schaffen, die an manchen Stellen vielleicht nicht vermeidbar in sich, aber aus meiner Perspektive hochproblematisch und feministischen Politik und Friedenszielen auf jeden Fall entgegengesetzt ist. Und das ist tatsächlich der Punkt gewesen, an dem wir angefangen haben zu schreiben. Sie haben mir Ihr Papier geschickt und dann habe ich gesagt, oh, ich habe auch was, aber es war irgendwie zu spät, um Ihren Text noch mit einzubeziehen. Und dann haben wir beide gesagt, interessant, und haben das aber nicht ausgetragen. Und ich hole das jetzt nach und sage, wenn wir damals angefangen hätten zu sprechen, was hätten Sie damals dazu gesagt? Ich hätte Ihnen gesagt, dass meine Hoffnung noch größer ist als Ihre, aber meine Erwartung kleiner. Und das geht nämlich so. Die Hoffnung größer, weil ich sah das Spannungsverhältnis mit der Seitenbände sofort und ich dachte, wie soll das funktionieren? Also es ist mindestens ein Spannungsverhältnis. Und Sie haben das sozusagen durchbuchstabiert, aber weil ich wusste, das ist nicht ein Konzept der Bundesregierung. Dann dachte ich, oh, oh, was macht jetzt das Auswärtige Amt? Oder was macht die Ministerin? Oder wie werden dann Differenzen im Kabinett ausgetragen und gelöst? Also ich habe sozusagen meine Hoffnung war, dass da noch Spielraum ist für Schadenbegrenzung. Und deswegen, also die Hoffnung ist, dass es noch ein Potenzial darinsteckt und die Erwartung aber nicht so hoch. Ich habe nicht erwartet, dass die Regierung feministische Außenpolitik macht, sondern dass das Auswärtige Amt und das BMZ ihren Weg finden, damit umzugehen in diesem Spannungsverhältnis. Deswegen im Grunde kann ich zusammenfassen, ich war ambivalent. Und ich hätte Ihnen eigentlich nicht widersprochen in den Argumenten, sondern vielleicht nur, es war eine andere Haltung. Ich glaube, ich teilte die Analyse und die Argumente, meine Haltung war eine andere. Und die andere ist, dass ich sozusagen, wir machen unabhängige Forschung. Das heißt, ich forsche zu dem, was ich möchte und ich veröffentliche, was ich möchte. Und es kommt auf unsere Webseite und kann gleichzeitig von Ihnen gelesen werden, wie von den Leuten der Regierung. Und auf dieser Grundlage beraten wir. Und wenn ich in einem Beratungsprozess bin, die in der Regel vertrauliche Prozesse sind, dann warte ich mal ab. Also das heißt, für mich gibt es andere Zeiten. Wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, Beratung ist, man tauscht sich aus. Also nicht, dass man irgendwas diktiert. Das kommt nicht vor. Und ich bin nicht die Einzige. Das sind andere AkteurInnen, die auch daran beteiligt sind. Aber wenn ich in einem Austauschprozess bin, ich warte ab, ich gehe nicht gleich raus und schreibe meine Kritik. Das hat auch mit einem Rollenverständnis zu tun. Und mein nächster Schritt war, als die Strategien, die Leitlinien und das Strategiepapier veröffentlicht wurden, dann habe ich mich kritisch mit ihnen auseinandergesetzt. Und das ist mein zweites Papier. Das erste war das Ergebnis meiner Einarbeitung, sozusagen, was ich verstanden habe und was für ein Potenzial in einer feministischen Außenpolitik sehe. Und als die Papiere daraus waren, habe ich sie miteinander verglichen, aber auch vor dem Hintergrund von feministischen Anforderungen. Und genau, für mich war noch nicht die Zeit da, um zu sagen, was soll das? Ich würde sagen, ich habe den Beginn dieser Argumentation, diesen Artikel damals auch noch viel freundlicher verfasst, als ich ihn heute verfassen würde. Ich glaube, dass heute noch viel harschere Kritik, also ich würde harscher kritisieren und deutlicher schreiben, weil ich finde, das, was meine Prognose war, dass es tatsächlich eine Legitimationsfigur an bestimmten Stellen werden würde. Das ist an bestimmten Stellen vielleicht nicht mal überintentional, aber auf eine ganz unangenehme Art und Weise auch eingetreten. Ich gebe ein Beispiel, an dem ich immer wieder versuche, das zu zeigen. Die Außenministerin hat, das haben Sie wahrscheinlich alle gehört, zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Situationen immer wieder diesen vollkommen falschen, unseligen Vergleich von der Ukraine als vergewaltigte Frau eingeführt. Er hat gesagt, der Ukraine keine Waffen zu liefern in dieser Waffenlieferungsdiskussion, das wäre so, wie einer vergewaltigten Frau die Gegenwehr zu verbieten. Da steckt so vieles drin, was ich von Grund auf unfeministisch finde. Das hat einerseits was damit zu tun mit, das ist was, was wir kennen und was die feministische Forschung zum Beispiel in Bezug auf die Kriege in Jugoslawien sehr deutlich herausgearbeitet hat, dass in solchen Vorkriegssituationen das Land als Frau identifiziert wird. Dass dieses Bild von dem vergewaltigten Mutterland durch den Feind, was ganz inhärent zu tun hat mit der Herstellung von Kriegsbereitschaft, mit der Vorstellung, die über Kriege geschaffen wird. Das ist das Erste, was darin aufgerufen wird und wo ich sagen würde, das ist ein unfeministisches Bild. Das Zweite ist, dass der Vergleich natürlich hochproblematisch ist und als solcher, finde ich, überhaupt nicht funktioniert. Also der Überfall auf dem Land zu vergleichen mit dem Überfall auf eine Person, das Ausstatten mit Waffen zu vergleichen, mit irgendwie, also Gegenwehr gegen einen persönlichen Angriff zu leisten, finde ich, ist eine Form von Vermischung, die unangebracht ist und die aber ganz klar die Emotion bedient, um die es dabei geht und viel zu tun hat mit der Herstellung von vergeschlechtlichten Bildern, in denen ich direkt zu Anfang des Krieges so etwas gesehen habe, was dann aber, würde ich sagen, in Bezug auf Geschlechterverhältnisse bisher weniger eingetreten ist, als ich das selber angenommen habe, nämlich also diese Form der gesellschaftlichen Dichotomisierung. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir sehr schnell im Verlauf des Krieges, sowohl in der Ukraine als auch in der europäischen Diskussion, so einen Kollateraleffekt erleben werden oder so einen Begleiteffekt, der mit dieser Traditionalisierung von Geschlechterverhältnissen zu tun hat. Ich würde sagen, das haben wir so nicht erlebt. Das, was wir aber stattdessen erleben, meine Behauptung ist, dass die Dichotomisierung im Zusammenhang des Krieges, die findet sehr wohl statt, die findet aber statt in Bezug auf die Außengrenzen, die findet statt in Bezug auf eine bestimmte Form von Rassifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse, die findet statt in der Redefinition dessen, irgendwie was zu deutscher Gesellschaft dazugehört oder auch nicht, welche Tests es bestehen muss, um dazuzugehören etc. Ich glaube, also meine These an der Stelle wäre, dass die Ruralisierung der Grenzpolitik ohne die Prozesse der Gesellschaft und die wirtschaftlichen Militarisierung und die damit verbundene Bereitschaft zur Dichotomisierung von Denken und Fühlen nicht möglich gewesen wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, worüber wir ursprünglich gesprochen haben, nämlich diese Frage, wird das problematisch als Ansatz, dass es schon etliche Anzeichen dafür gibt, zu sagen, dass das so stattgefunden ist. Ja, also dank Ihnen habe ich mir so mehr die Frage gestellt, inwiefern trägt das so Stabilisierung bei, weil also sozusagen ich bleibe bei der Hoffnung der Schaden begrenzt und also sozusagen die Welt wird nicht feministisch werden morgen, ja, und auch nicht die Außenpolitik der Bundesregierung. Und, ähm, und, also das ist für mich eine Frage, die ich bis heute nicht endgültig beantworten kann, für mich, ja. Sind die Risiken größer als der Gewinn, ja. Man kann nicht, wir können kontrafaktisch nicht wissen, wie wäre es gewesen ohne eine feministische Außenpolitik. Aber die Frage ist, was wäre der Unterschied gewesen? Mir fällt nichts ein. Außer Geld, das es gibt für Projekte, die sich gendersensibel oder gendertransformatiert nehmen. Aber sozusagen im Sinne von High Politics, ja, also was wäre anders, also was wäre, und weil ich kontrafaktisch mir nicht vorstellen kann, dann muss ich sagen, dann ist der Beitrag nicht besonders groß. Weil, also sozusagen, ich bin auf der Seite von Schadenbegrenzung ist immer gut Schadenbegrenzung, aber wenn die Kehrseite die Stabilisierung und die Legitimation ist, dann ist unter dem Strich vielleicht ein Minus und nicht ein Plus. Jetzt tauschen wir gerade sozusagen die ideellen Rollen, weil, also ich glaube, das, was natürlich gelungen ist in der Debatte über feministische Außenpolitik, eine bestimmte Art von Agenda-Setting konnte sie betreiben. Und also tatsächlich irgendwie die Aufmerksamkeit, die das Thema zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine erhalten hat, die war schon groß. Und ich glaube, dass sie produktiv geworden ist, also produktiv geworden ist es tatsächlich in der Auseinandersetzung über die sexualisierte Gewalt im Krieg. Die wäre auch ansonsten, glaube ich, aufgebracht worden. Wir schreiben das Jahr 2023 und transnationale Frauenbewegungen kämpfen für die Sichtbarkeit mit dieser Themen seit mindestens dem Beginn der 1990er Jahre auf vehemente Art und Weise. Und es hat sich viel getan in der internationalen Politik seitdem. Aber trotzdem, dass das in Deutschland und Europa auf so eine zugespitzte Art und Weise zum Thema wurde, das hat, glaube ich, wirklich was mit der Inzidenz zu tun, dass es die Leitlinien gab, dass es die Thematisierung der Leitlinien gab, dass es die mediale Aufmerksamkeit dahin gegeben hat. Und das glaube ich schon, dass das viel zum Nutzen der betroffenen Personen sein kann. Wenn es so eine Form von deutlicher Aufmerksamkeit dafür gibt, erhöhen sich die Chancen auf produktive Bearbeitung. Also, ja, dann sollten wir vielleicht die Frage dahin gehen, präsidieren, Inzidenz wo, ja? Also die Frage ist, hätte die Bundesregierung heute ohne diese Konzepte eine andere Politik gemacht, die aus feministischer Perspektive problematischer ist? Für mich gibt es da ein Fragezeichen. Und die andere Frage ist, was sind sonst positive Effekte der Erarbeitung eines solches Konzeptes? Zunächst mal, es war ein super Austausch. Es war, also, die, das, die, die beider Ressorts haben sich für diesen Prozess der Zivilgesellschaft geöffnet und das unterschiedlich gemacht. Wie gesagt, ich habe nur an einem Prozess teilgenommen. Man kann viel daran kritisieren, wie immer, aber sozusagen, es fand ein Austausch statt zu diesem Thema. Wir führen solche, wir debattieren über solche Themen hier jetzt in meinem Institut. Wir hätten das bestimmt in der Form ohne diese Initiative der Regierung nicht gemacht. Und was ich für die, meine, für die SWP sagen kann, kann ich für andere Thinktanks, mit denen wir uns austauschen. Es gab tolle Runden in Berlin. Ich habe tolle Menschen, tolle Frauen kennengelernt. Wir haben super Gespräche geführt. Auch Kreise, die dem Feminismus zwischen skeptisch und ablehnernd gegenüberstehen, haben mich eingeladen, über Feminismus und feministische Außenpolitik zu reden. Und ich finde solche Gespräche toll. Selbst Leute, die davon nichts halten, wenn sie sozusagen den Dialog suchen. Also das alles sehe ich auch. Ich würde die Fragen trennen. Also was macht das mit dem Diskurs? Oder typisch die Debatte. Ja, wenn das alles so ist, wenn es nicht nur um Politik für Frauen ist, von Frauen für Frauen, dann warum soll es nicht, warum soll es feministisch heißen und nicht inklusive Außenpolitik, menschenrechtbasierte Außenpolitik. Diese Diskussionen habe ich auch lange geführt und es war toll. Aber genau, ich würde das unterscheiden wollen von der Frage, inwiefern ist aufgrund dieses Konzeptes die Politik der Bundesregierung anders. Ja, da stimme ich Ihnen sicher zu. Also die Projektbesuche und auch irgendwie die Gelder, die auch in der Außenpolitik mobilisiert worden sind für Frauenprojekte in der Türkei, anderswo auf den Seychellen oder sonst wo, die hätte es auch ohne dieses Konzept geben können. Da haben Sie recht. Und also ich finde, in dem, was Sie sagen, da scheint für mich dann tatsächlich eher wieder das Problem der Banalisierung des Konzeptes auf. Also das ist immer die Kehrseite. In vielen Kontexten es zu problematisieren und dann aber rauszukommen mit einer Idee, zu sagen, Feminismus hat das damit zu tun, dass wir irgendwie auch über Frauen nachdenken, was wir vorher nicht gemacht hätten. Das hat natürlich viel zu tun mit der Banalisierung des Konzepts. Aber vielleicht gehen wir noch mal in eine andere Dimension des Miteinanderdenkens, nämlich wenn wir das Konzept als Potenzial betrachten. Das eine ist, wir haben eine Einigkeit darüber zu sagen, viel ist damit in der Bundesrepublik nicht passiert. Ich würde sagen, es ist einiges passiert, was durchaus problematisch und gefährlich ist. Aber hat es denn ein Potenzial? Kann feministische Außenpolitik im Krieg überhaupt Wirkung entfalten? Also wirklich jetzt im Kontext unserer Reihe gedacht, ist es nicht so etwas wie eine absurde Frage? Der Krieg ist ausgebrochen. Sagen wir, was machen wir denn jetzt feministisch? Oder gibt es in dieser Perspektive Hinweise, gar aufgeschriebenes, was in den Leitlinien steht, wo wir sagen, da steht es doch, wir müssen uns eigentlich nur daran halten, es umsetzen. Und das würde tatsächlich zu einer inklusiveren Form von Gerechtigkeit führen. Ja, ich beharre auf der Haltung zu sagen, gerade in solchen Situationen sind solche Ansätze umso wichtiger. Ja, wie, das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Es ist, als ob wir sagen würden, okay, im Krieg können wir das Völkerrecht vergessen oder das internationale Recht, was soll er? Nein. Und trotzdem gibt es Ansprüche, selbst im Krieg das Völkerrecht einzuhalten und das internationale humanitäre Recht einzuhalten. Und ich würde das aus dieser Perspektive sehen wollen, dass wir sagen, gerade jetzt schärft ein solches Konzept unseren Blick, um Sachen zu sehen, die schief laufen oder die hochproblematisch sind. Und ich würde sagen, es erhöht den normativen Maßstab gegenüber Regierungspolitik. Also, dass man sozusagen die Regierung mit den eigenen Argumenten konfrontieren kann. Am Ende entscheidend ist, was wir darunter verstehen, wir können entfalten. Also, man kann die Regierung darauf aufmerksam machen, dass es so ein Konzept gibt. Und was bedeutet das? Und ich glaube schon, dass es schwieriger wird, einige Sachen zu begründen und zu rechtfertigen. Und wir führen heute dieses Gespräch hier vor dem Hintergrund des Krieges, aber auch vor dem Hintergrund des Konzeptes. Aber das, ja, ich glaube, dass es schärft den Blick und gibt mehr Grundlage für Kritik. Also, ich höre Ihnen zu und ich merke, ich tendiere an der Stelle noch mal schärfer in die Gegenrichtung und würde sagen, ich glaube, dass sozusagen die legitimatorische und Beschönigungsfunktion an der Stelle deutlich schärfer ist. Ich glaube, dass die Bundesrepublik weltweit dasteht mit einer feministischen Außenministerin. Die wird als solche gelesen und wahrgenommen. Das ist quasi eingeschrieben in das Konzept. Und ich würde behaupten, unsere Außenpolitik vertritt das Gegenteil einer Friedenslogik. Wenn ich sagen würde, das Feministische, das das Konzept beschreibt, wäre nach wie vor die Antigewaltposition. Damit habe ich die Frage Waffenlieferungen oder nicht in einem bestimmten Moment noch nicht beantwortet. Aber meine Behauptung wäre zu sagen, feministische Waffenlieferungen, die gibt es nicht. Es gibt irgendwie, also vielleicht ein Eingestehen, dass an der Stelle ich diesen Anspruch nicht verwirklichen kann und dahinter zurücktrete. Aber, also ich würde sagen, das ist eine seltsame Verkehrung der Realität. Wenn ich sagen würde, feministisch bedeutet das, jetzt muss ich irgendwie Gewaltpolitiken stärken, jetzt muss ich von meinen Friedenszielen abrücken, und dann muss ich von meinem feministischen Ideal abrücken. Feministische Positionen wären friedenslogische Positionen, wären der Kriegslogik, in die die deutsche Außenpolitik zu vielen Teilen eingetreten ist, absolut entgegengesetzt. Und deshalb ist, also Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir müssen unterscheiden, was kommt bei der Politik hinten raus. Und bei der Politik kommt aber natürlich auch öffentliche Darstellung, öffentliche Debatte, öffentliche Meinungsbildung etc. hinten raus. Und an der Stelle, glaube ich, ist es eher ein Problem, damit umzugehen. Und also das, für mich ist es eine offene Frage. Ich meine das tatsächlich als offen skeptische Frage. Geht das in Kriegssituationen außer, dass ich entgegen der Polarisierung der gesellschaftlichen Debatte, so wie sie bei uns in Bezug auf den Ukraine-Krieg stattgefunden hat? Sie können jetzt alle aufstehen und sagen, ist das nicht irgendwie totale Putin-Versteherei, was die jetzt hier vorne erzählt? Wenn sie sagt, wir müssen friedenslogisch denken, was natürlich heißt, wir müssen in Dimensionen von Verhandlungen denken, wir müssen in Dimensionen von Stärkung von zivilgesellschaftlicher Kooperation denken, wir müssen in Stärkung von Mensch-zu-Mensch-Kooperationen denken und so weiter und so fort. Das alles sind Prinzipien, die zu dieser feministischen Politikidee absolut dazugehören. Und ich kann sagen, ich muss die suspendieren in bestimmten Situationen, weil das nicht einhaltbar ist. Aber ob es irgendwie eine, also außer einer wirklich deutlichen friedenspolitischen Positionierung im Krieg feministische Positionen dazu geben kann, wage ich zu bezweifeln. Also ich würde sagen, die Kritik hat ein Argument mehr. Aber meine Kontrollfrage wäre, als Denkübung, wenn es die Leitlinien nicht geben, die Strategie von BNZ nicht geben, Man kann diese Politik, wenn man will, aus anderen Perspektiven auch kritisieren. Man kann aus der Perspektive der humanitären Hilfe, man kann aus der Perspektive der Menschenrechte, also die Frage, für mich ist die Frage jetzt, welche zusätzliche Perspektive verleiht das Konzept der Kritik? Können wir nicht eine andere Kritik ausüben oder differenziert oder mehr sehen der Kritik, als wenn wir das Konzept nicht hätten und nur aus der Perspektive von Menschenrecht, Volkerrecht, Humanitier-Hilfe und so weiter? Ich würde denken, bestimmte progressive Kräfte, ich selbst kenne wirklich eine ordentliche Zahl junger Frauen, die mit ihrem Denken und ihren politischen Vorstellungen erstmal positiv gebunden sind durch dieses Konzept und die ein Zutrauen haben sozusagen zu dem politischen Ansatz, dass der aus einer bestimmten Bemühung heraus entsteht und bestimmte Gerechtigkeitsdimensionen, die für sie tragend und substanziell sind, mit bedenkt, weil er auf den Füßen dieses Konzeptes steht. Ich glaube schon, dass das eine meinungsbildende Bindekraft hat und entfaltet und zudem würde ich sagen, irgendwie wirklich das Nachdenken von nicht wenigen jungen Frauen auch in den Thinktanks und anderswo er nun wirklich geprägt hat. Ja, interessant, weil ich sehe das Konzept als zusätzliche Grundlage für Kritik und Sie sehen das als Framing, das beschönigt. Interessant. Und Kritik eher verstummen lässt. Also ich weiß, es gab ziemlich am Anfang des Krieges ein Interview mit, weiß nicht, ob das der Tagesspiegel war oder irgendwie sowas, wo ich irgendwie so, also ganz wenig nur, das war nur so ein kleiner Absatz von mir, wo ich gesagt habe, also das ist doch jetzt die Unzeit, jetzt im Krieg irgendwie zu fragen, was der Feminismus richten kann. Feministische Politik, die muss viel früher anfangen. Und die Reaktion darauf war, also dass wirklich viele junge Frauen, die in den Thinktanks arbeiten, da gab es dann echte Social-Media-Reaktionen von Menschen, die ich irgendwie noch nie gehört und gesehen hatte, die sagten, irgendwie, was ist denn das für ein blödes Zeug, was die da erzählt, wenn es nicht in der Kriegssituation hilft, ja, wozu brauchen wir denn dann die feministische Außenpolitik? Und das hatte dann irgendwie so eine Perspektive, die sagte, ohne diese Kritik könnten wir gar nicht sehen, irgendwie, was Putin für ein toxischer Typ ist, was er und ähnliche Dinge. Und wo ich aber wirklich denke, das hat eher was mit dem Blick in die problematische Richtung lenken zu tun und mit intellektuellen Kräften auf eine Art und Weise binden, die in einer Kritikperspektive vielleicht besser aufgerufen werden. Vielleicht gehen wir noch, bevor wir uns den Fragen des Publikums stellen, noch mal aber an den einen Punkt fällt Ihnen was ein, wo Sie sagen, da ist entweder ein Land, was tatsächlich nach solchen Maßstäben agiert. Die Bundesrepublik ist jetzt nicht die einzige, die feministische Außenpolitik für sich in Anspruch nimmt. Gibt es ein Land, wo wir sagen können, die machen das irgendwie gar nicht so schlecht, von denen kann man immer noch lernen, das waren ja die Schweden und die haben es kassiert mit ihrem Regierungswechsel. Wobei man dazu sagen muss, in Schweden war das immer ganz stark bezogen auf die Entwicklungskooperation und eben nicht auf Fragen von Wirtschaftspolitik, Militärpolitik, Welthandelspolitik oder Ähnliches. Also gibt es dieses Land oder gibt es einen Fall, wo wir sagen können, aber da war es doch, da haben wir doch gesehen, dass es geholfen hat. Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil es ist, ich arbeite jetzt mit einer Analogie, es ist, ob man fragen würde, welches Land macht Klimaschutz richtig, ja? Und das heißt, alle Länder, alle Regierungen, alle Länder machen zunächst mal Umweltverschmutzung und mittendrin gibt es Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und Klimaschutzes und Umweltschutz, ja? Also das heißt, man wird, man kann nicht sagen, okay, hier ist die feministische Außenpolitik und bringt dieses Ergebnis mit sich. Und diese isolierten Maßnahmen, also wenn man bestimmte Entscheidungen oder Maßnahmen bewertet, sie sind in einem patriarchalen Kontext, in dem sie wirken, ja? Also der Kontext bleibt patriarchal. Und deswegen ist es sehr schwierig. Und hinzu kommt, ich würde trotzdem versuchen, eine Antwort zu geben, aber hinzu kommt, dass es ist eigentlich ein relativ neuer Ansatz und solche Sachen brauchen Zeit, viel Zeit. In Lateinamerika zurzeit gibt es drei Länder, die feministische Außenpolitik für sich beanspruchen und das ist Chile, Kolumbien und Mexiko. Ich würde sagen, eher Chile macht das im Kontext einer Regierung, die in vielen Hinsichten feministische Bemühungen hat, pflegt. Also sagen wir mal, wo es nicht nur für ein einzelnes Politik gibt, sondern ein breiterer Anspruch. Es ist interessant, ich sehe in dem Konzept Chile alles, was ein bisschen Care Society oder Care Economy, dieses Care überhaupt in Lateinamerika hat eine große Rolle als in den Konzepten hier. Aber ich kann sozusagen eine Maßnahme, neben Erhöhung von weiblichem Personal und solchen Sachen, die eher quantitativer Natur sind und daran bin ich weniger interessiert. Ich halte das für sehr wichtig, aber mich interessiert, inwiefern die Politik anders gedacht und gemacht wird durch ein solches Konzept. Das gibt weniger. Ich musste darüber nachdenken, dass es mal in Kolumbien einen Friedensvertrag mit dem FARC gab, was sehr progressiv und sehr gender, hatte einen sehr starken Gender-Ansatz, aber das war, bevor die Regierung sich eine feministische Ausnahmpolitik gegeben hat. Und dieses Friedensabkommen mit dem FARC der Regierung wurde in einem Pläbizid von der Bevölkerung abgelehnt. Unter anderem, weil wegen dieser Gender-Ideologie das so stark in Anführungsstrichen jetzt, also aufgrund dessen, das war nicht der einzige Grund, aber einigen Leuten ging es zu weit mit diesem Gender-Dings. Und dann gibt es gute Entscheidungen der Region, die eigentlich mit feministischen Ansätzen zu tun hat, aber nicht absichtlich. Zum Beispiel, Lateinamerika ist in einer atomfreien Zone. Es gibt keine Nuklearwaffen und dazu haben sich alle Regierungen committed und verpflichtet. Oder es gab lange, viel Konkurrenz und Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien. Und es gab wirklich wichtige Bemühungen nach der Redemokratisierung, vertrauensbildende Maßnahmen und Kooperation zwischen Brasilien und Argentinien. Und das waren die Wurzeln von Mercosur. Und heutzutage ist ein bewaffneter Konflikt zwischen diesen Ländern undenkbar. Ich habe mich auf die Region bezogen, die ich am besten kenne. Also es gibt gute Beispiele, die nicht unbedingt Ergebnisse von feministischer Außenpolitik sehen. Und die Konzepte sind viel zu jung noch. Aber ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr die lateinamerikanischen Fälle näher zu untersuchen. Wunderbar. Dankeschön. Ich glaube, wenn Sie einverstanden sind, dann ist es der richtige Zeitpunkt, dass wir das Publikum mit einbeziehen. Wir freuen uns über alle Formen von Fragen, Kommentaren, eigenen Beiträgen, die Sie dazu machen wollen. Wir sind gespannt auf den Dialog. Und das ist das Lied. Das ist das Lied. Untertitelung des ZDF, 2020